Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen guten Wochenstart mit netten Satiren. So habt ihr es jetzt betitelt, dieses Video in gewohnter Form. Ihr wisst ja, wie es abläuft. Ist wieder einiges Interessante dabei, würde ich mal meinen. Könnt ihr dann wieder schauen hören bei VK, Bitchute, Odyssey oder Rampel. Ja, und dann vielleicht bis gleich. Macht's gut. Tschüss.